Ja, willkommen zurück, sobald es geht. Wir sind im Sumpf und hier im Versteck von der Vettel gelandet. Und das werden wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Wir suchen ja im Prinzip die Marina. Schauen, was mit ihr passiert ist. Oh Gott, Fackel rausholen. Sag mir, wo Marina ist. Sonst was? Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen. Verzeihung, ich gehe natürlich sofort. Als ob wir gehen würden. Wo ist Marina? Marina ist marinating. Gefährlicher Kessel. Kann ich mal so ein bisschen probieren? Einmal den Finger reinstecken? Schade, sie sagt mir einmal was. Da fleht schon jemand um Hilfe. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Wir haben einen Spiegel und einen Schädel. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir können mal ausprobieren. Cool. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich vorher nie auf die Idee gekommen. Aber ich glaube wir haben da jemanden... hoffentlich eine Seele sozusagen gerettet jetzt aus dem Spiegel. Ich habe ja dafür Bane bekommen. Können dich looten. Nichts dran. Ich frage mich, ob man mit ihr irgendwas machen kann. Ich frage mich, ob man mit ihr was machen kann. Ich frage mich, ob man mit ihr was machen kann. Sie wünschte sich den Versteinen eines Genies. Was könnten wir mit ihm machen? Wir können den Kopf aufheben. Der Kopf dieses Elfen ist eiskalt, der Mund im Schrei eingefroren, der Blick schreckend starr. Okay. Eww. Ja, hier sieht der Kopf wesentlich ekelhafter jetzt aus. Ob mir jemand einen Kopf abkauft. Wie lange ist denn dieses Bane? Ist das... Oh, das ist gar kein... Ich habe irgendwie gedacht, das ist nach ein paar Runden weg. Ich müsste mal... Wie kriege ich das denn weg? Ich habe halt nur... Ich habe nur Wunden heilen. Ich habe nicht so Krankheiten oder so irgendwas, ne? Das sind irgendwie Zustände. Wie wird man Bane los? Ich denke mir nichts, was ich gerade habe. Blöd. Außer... Können wir noch... Nö. Wir können keinen kurzen Rast mehr machen. Mhm. Eventuell müssen wir eine lange Rast machen. Vorher dann wirklich gegen die Vettel kämpfen. So, hier haben wir noch ein Opfer. Ein nasses Auge. Und ein blinde Elfer. Wird ihre Familie nie wieder sehen, das wird sie jetzt auch nicht mehr. Okay, das kann ich nur verwenden. Familienporträt. Ja, der ist versteinert. Wir können... Vielleicht können wir... Ich würde hier auch Angriff machen. Weil... Das heißt, er hat eine tödliche Krankheit. Ich weiß nicht. Ich glaube, versteinert zu sein ist nicht besser. Der Tod wäre Erlösung, oder nicht? Ich speichere nochmal. Ich würde ihn... Auch Angriff hier machen. Oh Gott, du hast viele Lebenspunkte. Ich würde mich jetzt Karlach machen lassen können. Die hat ja... Ihr Schwert macht mehr Damage wahrscheinlich als meine... Meine Waffe. Ich glaube, jetzt kommt erstmal... Ja, zwischendurch, wenn zwar hier so eine Tür ist. Ich glaube, jetzt kommt erstmal... Ja, zwischendurch, wenn zwar hier so eine Tür ist. Was ist beim letzten Mal passiert? Was ist beim letzten Mal passiert? Images flash. A man cowering. A bag open at his feet. Gold coin spilling onto the floor. His cries for mercy are cut short as the hag slices into him. Dismembering him painstakingly, limb by limb. She cackles. The man's remaining flesh twisted and contorted. Becoming the twisted surface of the door before you. Flee, you feel it cry. Auch die Tür war mal ein Mensch. Ich habe keine Angst vor der Vettel. A scene appears in your mind. Two Paladins and a cleric marching through the door. Shrouded in the glow of the divine. Weapons brandished, they charge into the hagslayer. Screams of terror pierced the air. You let them in? Naughty. That's a decade for each. You're mine for 30 more years, Petal. Ja, das passiert in die Tür, jemand reinlässt. Gibt es einen anderen Weg? You see an image of blue skies and sunshine as the door shutters a warning. Run. Hm, jetzt ist das Rettungshof gescheitert. Wenn ich die Vettel töte, bist du frei. Ich möchte die Tür nicht einschüchten, nicht davon zu fängseln. Das war richtig. Und das ist so richtig. Sehen wir gleich. Wir reden noch mal mit dem Lorin, Sanduhr. Ein Nieten besetztes Netz, der Schild. Was genau nicht ansehen. Er sieht also immer wieder seinen eigenen Tod, wenn ich das richtig verstehe. Ich sehe nur euer Spiegelbild. Sieht mich an. Ich habe bisher noch nicht rausgefunden, ob man irgendwie helfen kann. Das hat bei mir bisher noch nicht geklappt. Warum sollte ich euch was tun? Ihr seid bei mir nicht zu helfen. Das hat mir sicher versprochen. Monster! Monster! Mind dripping! Fleisch peeling! Mind flayer! Er sieht den Gedankenschinder. Er sieht mich an, ich bin kein Gedankenschinder. Ja. Nein! Nein! Bleib weg! Bleib weg! Bleib weg! Ich frage mich, ob es da irgendwas gibt, was man machen könnte. Außer ihn halt jetzt auch töten. Irgendwelche kreativen Ideen, ihn irgendwie verzaubern oder sowas. Ich müsste wirklich mal irgendwie meinen Verwandlungshelm damit nehmen. Kann man sich nicht irgendwie, keine Angst. Ah, nun warte mal, das da ist doch hier verängstigen immun. Kann ich Heldenmut auf dich zaubern? Kein Ziel, schade. So, das mit dem Bane nervt mich aber jetzt doch sehr. Das heißt, wir gehen mal kurz rasten, bevor wir dann durch die Tür gehen. Oh, ich darf hier gar nicht. Ich müsste einmal kurz raus. Also einmal lang rasten, wie ich immer sage. Kurz rasten. Lass uns mal kurz lang rasten. Ich hoffe, ich muss hier nur die Treppe hoch. Das ist schön, dass ihr gerade so plaudert, während ich hier so am Verricken bin. Sie sieht echt nicht gut aus. So, ich checke übrigens immer, was mir das Spiel hier automatisch ausfällt am Essen, weil wir haben hier auch das Eulenbeerei mit dabei und das möchte ich nicht essen. Apropos. Guck mal, wie wir da haben. Das passt ja jetzt super. Hi. Bist du verletzt? Ich hab was zu fressen, willst du? Allein verstanden. Nur zu fressen. Was ist verschwächt? Was ist verschwächt? Eulenbärchen ist noch ein bisschen schüchtern. Er traut bisher nur uns einigermaßen. Aber er wird wiederkommen. Und wir müssen uns immer noch um die Vettel kümmern. und Marina retten. Oder, naja, versuchen zu retten. So, hier liegen solche Masken rum. Flüstermasken. Ich nehme hier mal eine. Wenn man hier jetzt so versucht durchzugehen, geht das nicht. Auch wenn wir wissen, dass das eine Illusion ist, kommen wir jetzt erstmal so nicht durch. Deswegen, ich schwächer mal eben, müssen wir jetzt... Müssen wir jetzt sehr schnell sein. Also ich mach das immer so... Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ob man das eigentlich anders machen soll. Aber ich ziehe jetzt sehr schnell die Maske auf und wieder ab. Weil die Maske ist gefährlich. Tantchen Äthl sagt Hallo, Schätzchen. Aus dem dunklen Wald ist ein sanftes, unverständliches Flüstern zu hören. Es dröhnt in deinen Ohren und heilt in deinen Schädel wieder. So. So. Ups. Jetzt sehen wir jetzt sozusagen... Wir sehen jetzt sozusagen die Welt mit ihren Augen und sehen, dass das eine Illusion ist. Nein, Schöpfe. Ja, das Problem ist, ich hab diesen... Den verängstigen Wurf ist bei mir misslungen. Den Rettungswurf. Das heißt, ich kann die Maske jetzt nicht mehr abnehmen. Und werde jetzt meine... Kann mich nicht mehr steuern. Und ich weiß nicht, was man... Jetzt bin ich Bauer der Vettel. Bis zu lange rast. Das heißt, entweder rasten wir jetzt nochmal oder wir laden einfach nochmal neu. Weil ich weiß nicht, wie man das anders löst, als dass man halt... Ja, versucht, dass man diesen Rettungswurf... Dass der gelingt und dann nimmt man ganz schnell die Maske halt wieder ab. Also, Maske wieder aufziehen. Also, man sieht die normalerweise aus. Ich kann ja mal einblenden machen. So. So. Okay, schnell rein da. Und... Abziehen. Oh, okay. Alles gut. So, sehr gut. Wir haben's geschafft. Wir sind auf der anderen Seite der Tür. Und zum Glück, die Gruppenmitglieder kommen dann einfach mit. Man muss also... Obwohl da vier Masken liegen, man muss nicht allen Leuten die Maske anziehen. Die folgen trotzdem. Essenz aus Wimmelpilz. Ich hatte das erste Wimmelpilz hier nicht einsammelt, okay. So, wir haben jetzt hier Gegner. Allerdings, ähm... Das sind alles Leute, wenn man die sich mal anguckt, die Masken tragen. Denen ist genau das passiert, was mir eben passiert ist. Und deswegen versuchen wir... Äh... Nicht-tödliche Angriffe zu machen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich häng jetzt hier in diesem Schlang. Ich weiß halt nicht mit sowas wie dem Dissonanten flüstern, ob das... Hoffentlich sie nicht tötet dann sowas halt. Ich krieg hier den blöden Schlamm hier. Da hinten ist jemand. Kannst du mal in die Richtung gehen? Hm. Ach, wo ich gerade diese Reaktion gesehen hatte. Ich muss gerade mal was gucken. Ähm... Moment. Ich hatte einen Kommentar bekommen wegen meinem Wächterangriff. Aber ich glaube, das bezog sich recht auf... Irgendwie... Ich glaube, ich habe jetzt... Ich hatte ja Karlach, ähm... Ihre Unterklasse geändert. Und ich habe bei ihr nicht nochmal Wächter bisher ausgewählt beim Level Up. Deswegen habe ich, glaube ich, diese... Wächterreaktion momentan nicht. Ich glaube, vielleicht ist das, was die Person mir sagen wollte. Ähm... Weil ich habe momentan Gelegenheitsangriff und Berücksichtungsangriff. Okay, das wollte ich nur gerade nochmal checken. So, ähm... Wir sind fertig. Gegenzauber. Ich muss mal eben umwürfeln noch, ähm, automatisch mal. Eww. 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 Ich muss ein bisschen aufpassen, Feuer ist bestimmt so oder so tödlich, oder nicht? Oh Gott. Ja, sie ist tatsächlich, die hat gerade das Widerstanden, sie greift uns nicht an. Genau, du bist jetzt bewusstlos. Gut. Und der Nächste ist bewusstlos. Ich habe gerade mal ... Okay, aber da ist nichts Spannendes dabei. So, du brauchst definitiv mal einen Hintrank hier. Gut. Gut. Damit ... 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 Ja, sie widersteht so gut in Sachen. Trotzdem muss ich sie irgendwie ausknocken, damit der Kampf vorbei ist. Ich setze ihn mal aus, gerade. Ich hau lieber so zu. Sicher ist sicher. Hm, ich hab nicht genug. Okay. Den Stein nehme ich nicht mit. Lies das jeden Morgen, denk dran. Sie ist nicht deine Freundin, sie ist nicht deine Familie. Isst das Essen nur, wenn sie zusieht. Trink den Tee nur, wenn sie zusieht. Trag die Maske nicht. Ja, vergessen. Trag die Maske nicht, trag die Maske nicht. Über den Rest des Textes ist in großen, dicken Lettern das Wort Lügen geschrieben. Sie hat die Maske aufgesetzt. So, jetzt machen wir das aber wieder weg. Ich... Ich guck mal, ob die anderen noch irgendeinen Loot haben. Oder das Beutel. Okay, let's have a look. Warum war immer hier ein Steak drin? Das ist... Okay, Allison. Okay, dann. Okay, die Personen gibt es. Ach ja, jetzt kommt dieser Abschnitt. Ja gut, dass meine Fackel ausgegangen ist, danke Spiel, das ist tatsächlich eine nette Sache. Okay, hier in diesem Abschnitt haben wir diese schädlichen Dämpfer plus Fallen. Das ist eine sehr explosive Mischung und ich gehe immer einen ganz bestimmten Weg, wo wir ein bisschen Schaden nehmen, aber nicht zu viel. Wo ich aber jetzt nicht irgendwie versuchen muss, die Fallen zu entschärfen, weil die sind teilweise wirklich auch in diesen Dämpfen drin und so, das ist alles so ein bisschen kifflig. Und ich gehe immer diesen einen Weg, ich gucke, dass ich den auch jetzt wieder finde. Wie machen wir das? Ich glaube, ich habe mich hier hingestellt und dann springen wir, ne, wie geht das? Wie habe ich das gemacht? Ich will, man zieht da runter. Nicht direkt. Naja. Also, ein bisschen was müssen wir aushalten. Man kann versuchen, einmal was in die schädlichen Dämpfer reinzuwerfen, so ein Feuerding, aber das hält nicht lange, hatte ich das Gefühl. Also, das Gift kommt sehr, sehr schnell wieder. Ja, das brennt, dann kommt sie direkt wieder, du kannst gerade mal testen. Ich müsste doch irgendwo diese Dinger haben, ja. Achso, dann geht auch die Leiter kaputt. Haha, vergessen. Ja, die lassen sich nicht, aber da sehe ich jetzt die Falle da unten, aber die Dämpfer lassen sich nicht so wirklich bereinigen. Okay, dann mache ich was anderes, ich springe hier rüber, versuche das zu entschärfen, dann haben es die anderen ein bisschen leichter und dann springen wir hier runter. Warte. 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 Ah, ne, kann ich nicht hier. Wie hab ich das denn gemacht? Hä? Ist doch da runtergegangen. Und hier an den Rand gehe. Hm. Ich hab das schon mehrfach gemacht, ne? Ich dachte immer, ich wäre dahin gesprungen, aber... Da hatte ich mir vielleicht auch die Leiter nicht weggesprengt. Okay. Dann müssen wir einmal hier durch. Also, ich sehe diese Blumen, aber... Drei Gegengift, vier Gegengift. Achso, stimmt, das ist keins zur Vorbeugung. Wieso, wie soll ich hinterher trinken? Ich wollte. Das ist ja kein Giftresistenz, sondern Gegengift. So. Aber irgendwie... Ich hatte es das letzte Mal anders gemacht, aber das geht für mich auch so. Vorsichtig da runter. Äh, sie hat leider die Blume nicht wahrgenommen, aber es geht schon. So, und dann müssen wir nämlich nur dann noch hier runter sprengen. Oder gehen. Und dann... Nee. Ja, doch. Springen. Okay. Es ist halt immer gut, wenn man es mit einem Charakter einmal durchmacht, damit man weiß, okay, solche hier hätte ich jetzt doch springen müssen und so, aber... Aber das geht schon. Okay, next one. So, hier wieder an den Rand, da rüber. Dann hast du natürlich den Vorteil, dass wir mit dir diesen machen können. So wie wenn man irgendwie Schriftrollen hat, Nebelschrott ist natürlich dann am leichtesten. So, du gehst ja auch immer durch die Pampa durch. Und auch ihn haben wir in Sicherheit. Ich geh vielleicht mal ein bisschen zur Seite. Ich will nicht zu weit gehen, weil da unten guckende Cuts sehen. So, dich kriegen wir jetzt auch noch durch. Ich wünschte, ich könnte da so. Ist auch schön hier so an der Seite vorbei, da runter. Und dann haben wir nur so ein bisschen Giftschaden insgesamt bekommen. Ich denke, das ist aushaltbar. Ja. 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 Da sitzt die. Wir haben einen Knochenkäfig mit der Marina drin. Und übrigens auch wieder fallen hier. Ich sehe schon wieder die erste Blume. Kann jemand das wahrnehmen? Vielleicht? Ja. 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 Lass den Spaß beginnen. Ja. Das ist nicht tej. Sie hat mehrere Illusionen von sich und den Käfig in Brand gesetzt. Das ist aber kein Problem mit dem Käfig. Astarion Ganz besorgt Äh, wieso kannst du dich nicht bewegen? Jetzt So Ich geb dir dann mal gerade eben Eine Flasche Wasser, ein Wasserzauber tut's natürlich auch Und dann werfen wir das einfach auf den Käfig Nicht genug Ressourcen Sobald einer von denen genug Ressourcen hat, dann muss er auf den Käfig zuwerfen Weg unterbrochen Dein Weg müsste aber eigentlich nicht unterbrochen sein Aber sie müsste eigentlich einen Heildrang trinken, das ist jetzt halt echt ungünstig Die Flasche wandert jetzt erstmal hin und her durch die ganzen Inventare Ich nicht Komm schon Wieso kann ich das nicht werfen? Das hat letztem mal irgendwie super easy geklappt dann, ne? Dann haltest du dich halt Ich mein, zwar also gebe ich Ich glaub, hab ich bei Gale, glaub ich den Den Wasserzauberstab dabei Würde ich den nicht Das kostet halt auch wieder nach 10 Minuten, weil Es könnte auch noch gehen, dass wir ihm das geben Eigentlich, wieso haben wir alle nicht genug Aktion dafür? Jetzt Also, dankeschön Jetzt brennt sie nämlich nicht mehr Das war eine der Illusionen Und du bist da hinten Und du bist da hinten, okay Und du bist da hinten, okay Du bist da hinten Auf geht's Du bist da hinten Du bist da hinten Hier Man beachte, sie ist nicht besonders begeistert, dass wir sie hatten bisher. Wir machen das trotzdem. Wir ziehen das durch. Stehen die da? Sie ist unsichtbar, achso. Okay, schnell. Oh, ich hab Disparation vergessen. Stop it! All of you! Come on, Karlak. Show them who you are. So, Ghoul, sie steckt direkt neben ihr. So, die Vettel hatte jetzt auch daraus teleportiert. Hm. Hm. Ups. Das... Ich habe gerade das... Ich hab... Das war ein Spiegelbild von der Marina. Aber ich hab Marina hier stehen sehen, aber ich dachte... Weil die Vettel hat... Die ist halt auch so grün angezogen wie die Vettel. Und ich dachte gerade... Ich hab nur gesehen, das ist eine Illusion und dachte, das wäre... Die Vettel-Illusion. Haben gerade Marina gekillt. Großartig. Lebe ich jetzt damit oder laden wir neu? Nein. Ah. Äh. Shit. Gut. Nun. Hm. So. Und dann... Ich glaube, um die Sachen ein bisschen leichter zu machen... Äh. Gebe ich dir gerade mal den Stab. Dann machst du das... Mit dem Käfig. Dann muss ich nicht die Wasserflasche durch das Inventar wandern lassen. Ah. Dann probieren wir das nochmal. Mal. Die Kapp-10 kommt immer ziemlich spät. Wo man hier ist. Ah, das soll schon mal entschärfen. Jetzt geht's. Ach. Ist wieder richtig abbekommen hier. Ich brauche nicht mehr lang, ich bin voll vergiftet. Ich kann nicht mehr langsamer. Du hast ein Schmerz. So, erstmal löschen und... ...küsst eigentlich mal... ...schau mal da rüber. Find a route. ...schau mal da rüber. ...schau mal da rüber. Oh, ich hab nicht schon wieder denselben Fehler gemacht, das ist doch jetzt nicht wahr. Ich hab nicht gemerkt, dass die sie schon wieder aus dem Käfig geholt hat. So, ich hab euch jetzt mal den Anfang vom dritten Versuch erspart und rausgeschnitten. Der Käfig ist gelöscht, aber Marina ist gerade noch drin. Kala steht hier. Okay, da hab ich dahin teleportiert. Das ist der Stand der Dinge. Und das war eine Illusion. On my way. Nächste Illusion weg. Oh, wow, 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 wow. Wow, das ist saßig. Und da wie schon mal so hade ich da? Und da... Ich bin so echt... Ja, ich bin so jubilig. Und da hab ich da. Und da hast du so jubilig. Und da ist so jubilig. Und da. Und da ist ja. Und da ist deine ganzheit. So, das ist noch eine Illusion, aber das ist das echte Tantchen. Das heißt, ich konzentriere mich auf sie. Oh, so much for peace, have to keep going. Kuch, ich da się wczala. So, sie ist immer noch im Käfig, wir haben keine Illusionen von Marina im Moment, oder? Aber ich, das müsste ein Tantchen sein, oder? Gibt nämlich so einen komischen Effekt über sich, fast meinen sie aber das. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Yay. Wir haben es geschafft. Speichern. So. So, wir lassen uns jetzt weiter. Steuerkugel. Ich weiß, das Tantchen für den Loot hat, gucken wir uns gleich an. Wir reden erstmal über Marina. Da ist jemand nicht so happy gerettet worden zu sein. Tut mir leid, ich wollte dir helfen. Wieso? Was habe ich getan? Dank Tantchen Ethel, ihr werdet fast gestorben. Seid nicht so blauäugig. Seid nicht so blauäugig. Vettel hätte euch nie geholfen. Vetteln arbeiten nicht umsonst. Was habt ihr ihr versprochen? Wir haben die Mäuäugig. Das. 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 Ihr wolltet euer Baby gegen euren toten Mann eintauschen. Ich meine, ich verstehe, dass sie extrem verzweifelt sein muss, aber... Die Vettel ist halt... die macht einfach... Die Vettel dreht auch jeden Wunsch. Wir haben das ja gesehen in ihrem Versteck, was wir mit den Leuten gemacht haben. Der eine wollte halt, dass er nicht an seiner Krankheit stirbt. Also hat sie ihn versteinern lassen. Also sie hilft ja nicht so, wie man das gerne hätte. Also auch das Kind wäre nicht das geworden, was sie sich erhofft hätte jetzt. Nachdem, bei alldem, denke ich, ihr wärt eine schreckliche Mutter, oh Gott. Wie viel... Aber, ja, Vetteln helfen immer nur sich selbst. Hat die Vettel euch das erzählt? Hat Ethel euch das erzählt? Ja. 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 Apropos der Vater. Da kommt noch was. Wir gucken erstmal. Wir haben jetzt den angelaufenen Talisman. Feenleben. Macht es dem Träger einfacher, Todesrettungswerfen zu bestehen? Haben wir irgendjemanden, der das vielleicht haben möchte? Jaja, beide noch. Keinen hast du nochmal? Göttliche Führung. Ansonsten haben wir noch so einen primitiven Hammer. Dann gucken wir hier gerade nochmal. Ich will ja keinen Loot übersehen. Ich mein, hier geht's schon wieder raus. Na ja, okay. Dann gucken wir uns hier gerade mal. Hier haben wir noch eine Tür. Da müsste noch was sein. Achso, ich bin im Laden. Deswegen dauert das wieder Stunden hier. Säurewerkstatt. Schweinekopf, Schweinlinde. Trank der Geschwindigkeit nehme ich. Das allsichtige Auge. Schutz vor Gut und Böse. Gib's dir mal. Falscher Rucksack. Äh, das Zeug. Meine Wurfsachen. Ü. Macht eine. Äh, das ist von M-Punkt. Ette. Die Geschäfte gehen schleppen, wie ich höre. Keine Bange. Ich habe einen Auftrag für euch. Ein Kunde hat bald das Tor verlassen, ohne zu zahlen. Meine Agenten haben seine Spur beim Chonta gefunden und sorgen dafür, dass er durch euer Gebiet kommt. Tut ihm mit ihm, was ihr wollt. Im Gegenzug habe ich ein Mädchen, das eurem Vorlieben entspricht. Ihre Mutter hat den Verstand verloren. Mein Kontakt hat ihr versichert, dass ihr helfen könnt. Sie wird die übliche Route nehmen. Liebste Schwester, geht es dir gut, mein Herz? Ich kann kaum glauben, dass du einen Welpen entwischen lassen. Ich wäre zutiefst beschämt. Aber keine Sorge, meine Rotkappen haben das Kerlchen ermischt und lassen sich jetzt genüsslich Zeit mit ihm. Vor ein paar Nächten haben seine Schreie aufgehört, aber das Sturzen geht weiter. Er wird voller Reue sterben, eine Vettel hintergangen zu haben. Eine Mutter mit schwindendem Verstand? Du kennst mich ja so gut. Ich habe eine herzallerliebste Maske für sie. Du musst mich unbedingt besuchen. Und bittere Scheidungen. In den vertretenen Wurzeln, aus denen der Zauberschaft besteht, klemmen Fleisch und Haarklo. In der Oberfläche ist Connor eingekratzt. Wir haben einen Zauberstab mit Connors Namen darauf gefunden. Vielleicht kann man Marinas Mann damit wiederbeleben. Das klingt nach einer guten Idee, nicht wahr? Hier stehen jetzt ein Haufen Tränke von ihr rum. Meines Wissens machen die jetzt im Game nicht wirklich was aus einem zu vergiften. Das ist ein nettes kleines Detail. So die Tränke, die sie zusammenbraut für die Leute. Ganz viele Ringe. Und starb der Mooman. Machtstrahl der Übelkeit. Magst du das haben? Sollte ich fragen, will ich Übelkeit oder will ich Fesseln? Oh, guck mal. Und durch diesen Pilzring? Können wir wieder nach draußen. Und sind jetzt im Motrickensumpf. Was ist das denn für eine Inspiration hier voll? Achso, weil wir einen Feenring eingesetzt haben. Also den Pilzdelaport. Ja, der Sumpf war vorher ein bisschen schöner, ne? Und das ist alles wieder. Ich habe einen Zauberstab gefunden. Ich kann euren Mann wieder belieben. Schweigend bei ihr stehen. Sie ihre Trauer überlassen. Ihr könnt ihn einfach hier lassen. Äh. Ich meine, es ist ihr Wunsch, dass er wiederbeleben wird. Ich habe hier einen Zauberstab gefunden. Was? Du kannst. Du fühlst eine Zauberstab von der Wand. Das Luft riecht plötzlich akrid. Es will, dass er benutzt wird. Bring ihn zurück. Bring Connor zurück. Bitte. Bitte. Den Zauberstab auf den Sarg kriegt. Was? Was? Was ist passiert? Warum ist er noch nicht tot? Du fühlst etwas an dich. Was? Der Zauberstab ist für ein Zauberstab. Was? Was ist der mit ihm? Gar nichts. Er ist... Das... Die Vettel hält also ihr Versprechen. Nur halt nicht so wie man denkt, ne? Die Kreatur ist an den Stab gebunden. Wie praktisch. Ist das nicht eine Kreatur? Das ist euer Ehemann. Wollt ihr ihn oder nicht? Wir können ihn jederzeit wieder begraben. Aber es ist ihre Entscheidung. Nein. Tote müssen tot bleiben. Wollt ihr das wirklich tun? Euer Mann ist vor des Dings nur ein Monster. Ich finde das interessant, dass man da tatsächlich nichts irgendwie hat wie so überzeugen oder überreden, sondern... Ja. Wollt ihr das wirklich tun? Ja. 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 Die zwei. Ähm. Was ein hübsches Paar. Tja, was lernen wir daraus? Vertraue niemals einer Vettel. Und beim nächsten Mal werden wir nochmal zurück in den Heim gehen. Ich wollte hier nochmal mit der Korga reden. Und vielleicht auch mit dem Held. Denn ich möchte mal schauen, ob das den Zettel, den ich gefunden habe, irgendeine Auswirkung hat. Weil das konnte ich beim letzten Mal nicht machen. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen.